Greater Code 7, löst ihn jetzt ein, dann bist du kein Schwein. Und benutzt gerne den Creator Code 7 und wir gehen jetzt rein ins Video und schauen, wie viele wir heute richtig haben. Okay, Leute, jetzt müssen wir erraten, welcher Gleiter zum Skin passt. Wir dürfen heute nicht verkacken. Ja, okay, das ist einfach, das ist die Nummer 6, Leute. Wir müssen alles richtig haben, das hatten wir einfach noch nie, dass wir alles richtig hatten. Ja, ja, ist easy, Nummer 6, ganz entspannt, Digga. Das müsste, ja, Black Panther sein, das ist die Nummer 1, ja. Haha, was ist los? Es läuft, Leute. Was, ich glaube, das ist God of War, ist die 8, das muss die 8 sein. Ich sage euch ehrlich, das war richtig schwer gerade. Nummer 3, glaube ich, okay, das ist, das ist doch einfach, weil es ist ja dieser Moor, dieser vergammelte Käsekuchen. Nummer 3, ich glaube, wir haben bis jetzt auch alle richtig. Äh, Nummer 9. Ja, 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 von einem Anime-Skin ist das. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ne, ich sage euch ehrlich, ich bin immer ein bisschen aufgeregt gerade. Bin hibbelig. Als nächstes haben... Nummer 2. Ja! Jawohl, Digga. Nummer 4. Oder Nummer... Ja. Nummer 4, bitte. Okay, Leute, kurze Verschnaufpause. Wir hatten bis jetzt alles richtig. Huh, ich denke, ja, bis jetzt auch alles richtig. Wir machen einfach mal ganz nochmal weiter. Okay, was haben wir als nächstes? Ei, ei, ei. 3, 6 oder... Ich glaube, die Nummer 1. Das ist die Nummer 1. Juhu! Nice! Oh mein Gott! Das ist die Nummer 4. 8, 8, 8, 8! 8! Oh, zum Glück habe ich noch gesagt. 8. 8, 8, 8. Ich habe dann die Haare gesehen. Ja, Digga! Ich glaube, das ist Nummer 6. Junge, wie schwierig. Ich glaube, das ist die Nummer 6. Das ist Mandalorian. Ja, nice. Ey, hör mir auf, Mann. Das müsste die Nummer 3 sein. Das ist... Ja, Nummer 3. Und... Sehr, sehr schön, Mann. Leute, vergesst bitte nicht reinzuschreiben, wie viele ihr dann richtig habt. Okay, als nächstes haben wir... 8, 2, 9. Ich glaube, das ist die 9. Es läuft, Leute, es läuft. Die neueren Sachen gehen. Ah, was ist denn das? Ich glaube, das ist die Nummer 2. Oder 4. 4. Ja, wir haben 4 gesagt. 4, 4, 4. Das zählt noch. 4. Okay, weiter. Als nächstes haben wir was ganz Besonderes, was wir bis jetzt so nie haben. Wir müssen den Skin anhand dem Graffiti-Spray erraten. Das hatten wir noch nie. Das ist Nummer 3. Ja, ja, ja. Das ist Main Cake. Das ist Main Cake. Wir hatten bis jetzt 1 falsch, Leute. Das könnte ein neuer Rekord werden. Wir müssen bei 1 bleiben. Midas, ganz klar. Irgendwie... Ja, gar nicht. Ich vermisse Midas irgendwie voll. Keine Ahnung. Die Halloween-Zeit hat mir so gefallen. Meiner Meinung nach. Wo ist denn der? Ah, äh, Nummer 1. Nummer 1. Alter, richtig geil. Das gefällt mir voll. Ey, Leute, wenn wir heute bei 1 bleiben, wir werden immer, immer besser. Wir werden besser. 1 bis jetzt falsch. Wir bleiben daran. Wir bleiben daran. Fest. Das ist Nummer 8. Das ist der Lofty-Skin. Lofty spielt immer mit dem Skin. Safe. Ihr seid solche Experten. Ihr habt safe alles richtig. Als nächstes haben wir hier... Nummer 7. 7. Ey, ey. Ich wollte fast Nummer 6 sagen. Aber ich habe mich nochmal gerettet, ne? Auf ganz schnelle Basis. Deadpool. Ja, wenn es so viel rot ist, da denkst du, da wirst du farbenblind. Aber ich habe... Ja, ich habe... Ja, Deadpool Nummer 2 halt war es, ne? Äh. Nummer 6. Oder? Oh mein Gott. Ich dachte, es wäre falsch. Da hat er weiße Maske da. Silbo. Ja, Nummer 9. Warum habe ich mir den Skin eigentlich gekauft? Ich habe den mir einfach nur gekauft, weil der so dünn war. Genauso ein Lauch wie ich. Keine Ahnung, warum ich den gekauft habe. Ich checke es auch nicht, Digga. Ja, okay. Da ist easy. Ghost Rider. Also, wenn hier jemand falsch hat, Leute, dem ist nicht mehr zu helfen. Ich glaube, selbst ich kriege das denn als Noob hier in Fortnite. Ja, Ghost Rider. Drittletztes. Okay, ich habe nicht zu viel geredet. Nummer 1. Ja. Pink, grün. Ich sag ja. Ich will hier komplett die Orientierung. Banadaskin. Aber das ist die Nummer 5. Nicht die 2. Nummer 5. Oder? Ja. Nummer 5. Äh. Ich hatte gerade... Herzschlag. Mandalorian. Oder? Ja, Nummer 7. Alles klar. Stell dir vor, jemand sagt, die Nummer 1 ist es. Das wäre erst okay. Letzte. Ja, die Nummer 3. Ich bin zufrieden bis jetzt. 1. 1, 1, 1. Nummer 1. Äh. Ich meine Nummer 3. Äh. 3. Ich meine nicht 1. Weil wir 1 falsch haben. Ich habe ja gesagt Nummer 3. Also, alles gut. Wir machen weiter. Wir kommen beim nächsten Quiz hier. So. Minecraft-Versionen. Das ist Tony Stark Nummer 6. Das finde ich richtig geil. Diese Minecraft-Skins. Ja. Tony Stark. Nummer 2. Wolverine. Easy peasy. Lemon squeezy. Wer will gegen mich gewinnen? Ich bin... Wer wird Millionär, ey? Captain America. Ey. Ich sehe das direkt, ne? Nummer 3. Äh. Nummer 9. Mystique. Mystique-Skin. Ey. Die machen das so geil mit dem Minecraft. Das ist so gut gemacht. Äh. Nummer 3. Groot. 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 Stell dir vor, jemand sagt Travis Scott. Einfach Holzfassade, Junge. Oh. Das ist ein bisschen... Müsste Nummer 1 sein. Yes, baby. Nicht gut? Das ist einfach... Verarscht mich nicht. Das ist die Nummer 5. Bam. Der wollte uns verarschen, dass Marshmallow ist. Aber nicht mit mir. Das ist die Nummer 6. Ja. Ja, ja, Digga. Bist du noch immer bei 1? Ja, das ist einfach. Loser Food. Leute, ich bin gespannt, wer von euch alles richtig hat. Das kann ja gar nicht sein. Wer von euch alle richtig hat, kriegt von mir einen Besen zugeschickt. Aber nur, wenn ihr alle richtig habt, okay? So, was haben wir hier? 3. Das müsste die Nummer 4 sein. Oder die... Ja, 4. Ja. Weil 4 und 1 waren gleich mal wegen den langen Haaren hier an der Seite. Das ist eigentlich einfach. Das müsste Aquaman sein. Nummer 4. Ja. Sehr schön, Leute. Oh, scheiße. Das ist die Nummer 7. Bitte, sei 7. Bitte. Ja. Ja. Ey, mein Kopf. Der raucht. Da ist es so anstrengend, wenn die schwierige Skins dabei sind. Ich sage euch ehrlich. Ich komme jetzt. Bitte. Das müsste die Nummer 6 sein, glaube ich. Ja. Nummer 6. Perfekt. Vorletztes, Leute. Was ist denn das jetzt wieder? Äh, Nummer 9. Nummer 9. Easy peasy. Okay, letztes. Ey, wir sind noch immer bei 1 zum Glück. Ja. Das ist der Wannabe-Skin. Nummer 3, Leute. Der Drift-Skin. Ey. Jetzt kommt das letzte Quiz, Leute. 1 bis jetzt falsch. Weiter geht's. Wir müssen jetzt nämlich die Fortnite-Tänze erraten anhand des Soundes. Welcher Dance ist das? Welcher Dance ist das? Nummer 3. Nummer 3. Oh, ist doch gar richtig. Ich sage, ich bin bei Emotes komplett raus. Ich mache ein bisschen lauter. Okay. Okay. Nummer 3. Ne, Nummer 2. Nummer 2. Ja, das ist aber auch schwer, Digga. Ich habe keine Ahnung von Tänzen. Als wenn, ihr seid da Experten bestimmt. Nummer 1. Nice. Nummer 2. Nummer 2. Ey, das ist das schwierig. Nummer 2, glaube ich, ist es. Muss Nummer 2 sein. Wer, w-w-w-w-willst du verarschen? 4. Das ist die Nummer 4. Das kriege ich wohl hin. Wenn das nicht richtig ist, dann ist es safe. das müsste die 1 sein nein nein 333 ich war so gut ich war so gut das muss ich wissen dass die 1 wenn ich das verkack rast ich aus müsste die 1 sein laber nicht nur drei wenn das falsch ist dann stimmt das video nicht nur drei leute sag mal ehrlich das nummer zwei war der tanz zwei jahren die nummer 1 ich habe es noch gesagt nummer drei wenn das nicht nummer 3 fest den besen wo ist ein besen wo ist ein besen wo ist das ist copyright das ist nummer drei nummer drei drei nummer drei nummer drei nummer drei nummer drei jawohl nice copyright sound copyright sound weg weg aber kitty 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 ach so nummer vier number four und leute lange rede kurzer sinn wir haben mal wieder am ende verkackt ich dachte wir schaffen dass nur eins falsch ist aber schreibt rein wie viel errichtet wenn ihr alle richtig habt ich schicke euch im besen aus ihr seid nicht normal wer alles richtig hat wenn ihr das feiert dann lasst gerne like da ich feiere das übel checkt moxie in der beschreibung ab der macht diese ganzen krisse ich bin raus haut da rein ich krieg mich ins laufer ich verkackt habe was gut und ciao ciao